1 Was geht das, Leute? Wie fackt ihr denn das? GTA Diesmal Transforming Shit mit ein paar... Transforming Shit Ja So heißt das nicht Konrad, was für die Sackfe? Alex, Hatta und Ida, was haben wir noch? Hallo Man fliegt aus diesen Röhren da raus, die nicht nach uns Red Oh, direkt Hufen Auf die Hufen Alle bleiben stehen vorne Alle bleiben stehen vorne Wenn Nils links hört, gehe ich rechts Jetzt war ich nicht fertig, Nils Jetzt, wir sehen uns Jetzt unten Wir werden genau in der Mitte fahren Oh nein Wo bist du denn hier? Nein Oh nein Das ist ja nicht da Oh, du darfst wieder ganz nach vorne anfangen Okay, das ist jetzt Ja, du darfst aber ganz runter wieder Das ist richtig drückt Das ist Ja, geteiltes Holy Shit, war das geil Geteiltes Mitleid Du bist richtig krass Hoppala Nils, wir sehen uns nochmal Wo bist du? Also, wie viele Leute Heute sind richtig geile Maps Ja Warst du langsamer gewesen, Nils? Ich glaube schon Weil die Leute auf der Gegend waren echt viel schneller Aber das war eigentlich so eine Rampe Wo ich dachte, jetzt gehts wieder Jeder Mensch müsste zusammenhalten Ach du? Ach ne, die Dinger sind glaube ich auf der Map markiert Kann das sein? Ne, wir müssen doch transformen Transformen? Transformen? Nils Keine Ahnung, ich flieg jetzt in den Flugzeug Was? Oh, ich muss noch tusten Habe ich ganz vergessen Ja, wenn du einmal am Anfang raus bist, ist es wieder vorbei Hättest mich ja nicht ran müssen Hättest mich ja nicht ran müssen Hörst du die umdrehen? Sind wir jetzt alle auf einem Weg? Ich glaube nicht Ne, es sind zwei Wege Du bist zweiter dann? Ja Ich war fünfter eben Ich bin erster Ja, du musst bedenken, ich bin jetzt erster Und wir wechseln gerade Nils Ja, wir wechseln immer Okay, das heißt wir treffen uns Wir sind wahrscheinlich auf einer Höhe Wir werden uns Ich fahr Sag mal, wenn du den nächsten Checkpoint hast Genau Jetzt Das ist Flocker Das ist Flocker Das ist Flocker Ja, ich flieg Nils eigentlich hinterher Wow Da kommt er jetzt gleich Ja Alles klar, Uwe Was denn? Rammst mich halt in der Luftfass Du bist auch hinten nicht reingeflogen Genau Das sind Tatsachen verdrehen Was bist du denn für ein Fake-News-Verbreiter? Ne, geh nach oben bitte Nils Aber du bist aus Sachsen kein Wunder Höher, 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 höher Also hat er die ganze Zeit Items gar nicht angetan? Nein Das Kreis auf die D Krüste die Sonne Das sind alle auf einmal wieder awesome Da ist der Meckes-Typ wieder Juli ist lila Juli fliegst so langsamer Ja Ja, ich geb auch nicht so viel Gas Ach, Uwe Das ist nicht erzeuglos Das ist ein Juli Ja Hubschraube oder was? Was habt ihr da? Hubschraube? Nein Hubschraube! Hubschraube Brawn Graun Dann drück doch Bremse Du Bobo Da musst du hin, da musst du hin. Den roten Times runter. Ich glaube aber schnell, wenn man die ganze Zeit den RT hämmerst. Was fliegt denn da zurück? Hota, was machst du hier? Ja, ich hab den Scheiß-Checkpoint. Was machst denn der RT? Jetzt muss ich Gas geben. Wenn du die ganze Zeit drückst, dann fliegst du komisch. Was war das denn für ein Geräusch? Der Kunde hab ich gerammt. Der Kunde hat sich so hochgezogen. Nee, ich hab den Checkpoint. Hast du nicht tun? Ich auch. Wir haben uns ja beide gedreht, wir haben uns ja retornen gehört. Wer ist denn hier vor mir, Rot? Ich bin startziel. Du bist rechts gefahren, oder? Ja, ich war links. Ey, das ist so scheiße. Warum nimmt er diesen Scheiß-Checkpoint nicht? Ich hab den Checkpoint auch nicht bekommen. Ich war nur ein Zentimeter, das du warst. Ja, ich hab ihn auch nicht bekommen. Das ist so... Was ne Scheiße. Nein, nein, der Checkpoint ist echt scheiße. Der ist echt kacke. Was? Ach, come on. Wer ist der denn? Ja, ich hab ihn auch nicht. Der Transform-Check. Ach, ja. Ich hab ihn auch nicht bekommen. Richtig schlecht. Ich hab's gesehen, Max. Ich bin hinter dir. Ich hatte kurz Angst. Ach, alles gut. Weißt du, ich bin ja die linke Strecke gar nicht gefahren. Du bist genau gleich, glaub ich, oder? Nee, nee. Ich hab's nicht gleich. Vlogger, welcher Platz bist du? Das war's. Oh, shit. Ich bin raus, Alter. Wie du bist da? Ich hab mich gedreht. Oh nein. Hallo. Ja, aber mit dem Auto kriegst du das Drehen ja noch hin. Ja, nee. War wirklich blöd. Also, ich hab Zeit verloren. Ein paar Sekunden. Okay. Welcher Platz bist du da noch? Ja, immer noch dritter, weil die anderen ja alle rausgeflogen sind. Okay. Ich bin ja Sogo erster gerade auf der Hieße. Auf deiner Seite der Strecke, ja. Ach so, ja. Wie ein Krabbelkäfer. Ja, ja. Ich dachte, du bist schon warm. Ja, aber jetzt lag ich gerade auf dem Rücken wie ein Käfer. Warst du denn für einer? Wie ein schöner Hirschkäfer. Mit Geweih. Kaputt ist unser kleiner schöner Hirschkäfer. Ja. Er wie ein Mistkäfer. Du bist ja ein Kackehaufen Käfer, die sich so kackehaufen machen. Du meinst also ein Mistkäfer, ja. Ja, Mistkäfer, ja. Ja, Mistkäfer sind doch die Arsch. Die sind mit den schwarzen Punkten, oder? Die sind mit den schwarzen Punkten. Das sind die Pillens, Rhea. Das sind Marienkäfer. Hast du doch. Wie heißen die dann? Die Rauschen mit den schwarzen Punkten? Marienkäfer. Kartoffelkäfer. Das ist schon Marienkäfer. Oh, ich bin Marienkäfer kaputt. Aber okay, ja. So war das. Voll krass, ey. Ich glaube, es ist Kartoffelkäfer oder so. Kartoffelkäfer. Das sind wir gelben mit schwarzen Punkten. Ja, eben. Da sind sie ja wieder. Mein Feuerkäfer. Mein Feuerkäfer. Boah. Oh, da. Da, da. Da, da. Da, da. Feuerkäfer gibt's die überhaupt noch? Ja. Das ist doch die. Aber Feuerkäfer, das kann es sein. Also, was ist hier los? Bautiz die Feuerkäfer. Die langen, langen, schwarzen Punkten. Ja, doch. Die gibt's. Also, ich bin jetzt nicht der Typ, der Meinung vertritt, dass jeder Käfer irgendwie schön sein könnte. Ja. Aber Marienkäfer sind hübsch. Marienkäfer sind hübsch. Marienkäfer sind hübsch. War ein spannendes Rennen, Leute. Aber das ist vorbei. Nein. Nein. Ich bin's raus, oder? Nein. Ich bin's raus, oder? Nein. 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 Hallo. Dieses Mal. Was find ich jetzt auch noch? Ja. Auch wenn ich kein O-Wit spiel. Kamikaze. Du hast dich noch erwischt. Dann beendest du diese Runde nicht. Ja, das ist blöd. Die kommt aus der Runde geflogen, ja. Ich bin doch schmoken, aber man. Ich vape grad hier hinten drin. Was, wavest du? Ja, ja. Wapen. 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 Wir hatten das Ding unter Kontrolle, Leute. Ich hatte heute ein Gläschen. Juli, bummelt dich nicht. Juli, der Checkpoint ist da unten. Ich weiß. Boah, ich hab's glaube ich gerade noch gesehen. Ja, da ist noch drin. Bei mir steht schon wieder ein Zweiter. Ich hab noch nie gewonnen. Ja, bei mir der Erste. Bei mir steht wieder Liebe Ende. Ich hab noch nie drin gewonnen. Offiziell. Geteiltes Light war das, ne? Geteiltes Light war das. Zweiter. Das schon wär's, ey. Boah, 200 Dollar wieder verloren. Auf Alex! Ja! Das war einfach Gambling am Anfang. Ich unterstütze kein Gambling, ja? Auf Alex! Da gibt's keine Point. Du warst am Anfang an der Türe und hab's noch geschafft, auf dem dritten zu landen, Alex. Ich war auf dem vierten. Ich bin direkt ausgeflogen in der ersten. Haben wir deine Nachbarn gekingelt haben, weil du gerade geschrien hast. Ja, ja. Ja, das ist eure Transforms-Lade. Echt, die waren bei dir? Oh nein! Die können sich... Download complete. Lala, die Vader! Ähm, wir nehmen hier die Vader! Einen nach rechts, die Vader! Oh, die Vader! Alex ist sein Lieblingsbite. Darf, der Darf? Ich hasse das! Ich darf mit den... Ich fang wieder mit den roten Punkten, ne? Und den Stachelm kommt. Ey, die Vader. Die ist auch in Star Wars Battlefront 2 gespielt. Ja, die Darth Vader, ja. Die Darth... Ich bin kein Meckes-Typ, ich bin Bauarbeiter. Nein, Hotter ist der Meckes-Typ. Der sieht aus wie Ronald McDonald. Und im Spiel auch schon komisch. Ja, der hat sich angepasst. Irgendwer musste ihn machen. Das ist ein roter Afro, oder? Wer ist raus? Wer ist raus? Wer ist raus? Schaffst du das noch? Schaffst du, ja. Oh-oh. Oh, aua. Ronald. Fliegzeug. Oh mein Gott. Das sieht nett aus. Oh, nicht schon wieder eine Sachse, der hat mich vorhin schon weggerannt. Ach, da schon wieder. Die Kuschel. Ich hab nen Jet. Ich finde das gut. Oh Gott. Du hast nen Jet. Nein, nein, nein. Ey, 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 ey. Oh nein, das ist ja fies. Oh, ich hab Haulung. Ich glaub, Alex hat zwei Leute durch die Kennenlage gezogen. Nee, mich hat einer von oben runtergehauen auf einmal. Ich hab's geschafft. Aber wie ist das aus hier? Ich hab die Figur zwar nicht geschafft. Aber ihr warst die Skills. Wie konnte man gegen die Warnung? Das ist cool hier mit dem... Das ist passiert. Woah. Deswegen krieg ich immer falsch rein, weil das braucht wenige Zeit, um zu sterben. Nein. Was? Warte mal. Wie soll das denn gehen? Ich hab das auch nicht. Wie soll das denn gehen? Ich hab das auch nicht. Wie soll das denn gehen? Wow. Oh, knapp. Was ist das denn ne Scheiße? Der war ja nicht möglich aus meiner Sicht. Nee, war auch nicht möglich. Nein. Der Kunna hat's geschafft. Ja, aber wie? Wie hat der Windschatten gehabt? Der hat einen besseren Winkel hoch. Ja, von meiner Winkel. Ich hab's auch nicht geschafft, ja. Da fehlen die Fahrkünste bei den Bobos. Was? Ich hab irgendwas von hinten gehört. Nee, ich bin nicht vor dir, du Bobo. Nee, du weißt, ich bin dritter. Ja, ich bin zweiter. Das ist doch scheiße. Das ist gelogen. Geil. Warte, erzähl mir das doch nicht. So, es ist zweiter. Oh, schade. Was? Du hast die nicht gekriegt? Nee. Oh, nein. Ich hab irgendwas von hinten gehört. Kann ich abkürzen? Nein. Oh Gott, jetzt war ich aus. Nee, da kann man nicht abkürzen. Nils, welcher Platz bist du? Oh Gott. Das war teuer. Okay, okay. War das Nils so weit hinten? Achso, echt? Hab ich dir so weit nach hinten geschlagen? Ja, ich hatte auch Probleme. Ich glaub jemand anderes. Oh. Ich hab extra auf dich gewartet. Ja, Maxi. Das liegt bestimmt nicht an deinem Phänomenal. Was? Das war echt bescheuert. Ja, das hätte besser laufen können. Ja. Ich fand das gut da vorne bei euch. Hihihi. Was? Das ist geil. Oh Gott. Hole. Alle rechts fahren nach der Kurve. Ja, rechts fahren nach der Kurve. Ja, rechts fahren nach der Kurve. Letzt ist geil. Ja, rechts fahren nach der Kurve. Das hat gelogen, das fuchs. Nee, wirklich. Also links fahren nach der Kurve. Links fahren. Unabhängig von der Aussage. Alex und Kunal waren sich einig. Ihr solltet aufpassen. Das Loch, die Röhre ist ein wenig lockig. Ja, aber links. Links ist das richtig. Rechts fahren. Nein, nicht so rechts fahren. Oh Gott. Ja, ganz gechillt. Ich hab's geglaubt. Hi Tens, du bist zu schwer. Wann kann ich jetzt weggrammen? Oh Gott. Nein, ich dachte nur du bist schwer. Könnt ihr aufhören? Oh, das war so eng gerade. Oh, geil. Kunra, Alex und Horta, ne? Oh, da ist seine Arm abgestürt. Horta ist immer weg. Das ist aber auch gemein, ey. Alex, du musst den Alex sehen. Nach hinten. Das ist so geil mit dem Flugzeug zu haben. Nach hinten? Mit dem Motorrad immer, oder? Ja. Willst du Kontrolle halten? Nee, 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 nee. Du bist noch einer von unseren Menschen. Ich hab's hauptsache nicht geschafft. Achso. Nee, nee, nee. Ich musste den Stand abbrechen. Der hat nämlich was getan. Fing mir Slow mitnehmen. Ja, du hüllst mich eh wieder ein. Deswegen war ich dagegen gekracht. Würdest du vorhin gewinnen lassen können? Das wär ganz cool. Nee, das war, weil du zweit nach links gezogen hast. Aber die haben hundertprozentig das Aufholen geändert, oder? Das ist viel langsamer. Komm doch, wie fällt ihr uns aufholen von hinten? Ja, ich mein ja, wir sind viel langsamer als Spiel, oder? Wir boosten uns auf. Nee, das war schon immer so. Ich flieg ja nicht mehr hier. Alter. Der hat mich grad rausgeschmissen hier, und ich wär die ganze Zeit gebobbt. Echt? Ja. Du bist einfach rausgezogen? Oh nein. Oh Gott. Los, du wirst noch da raushauen. Ich bin einfach über die Leitplanke drüber. Ja. Ja. Im Nachhinein simuliert. Ich bin abgestiegen, drüber gehüpft. Oh, f*** gleich Leute. Das ist zu spät auch eigentlich. Oh Gott. Oh Gott, das geht für mich auch so los wie vorhin. Geht's? Ja. Ich bin über dir. Tut mir leid. Ist gut. Der wachsliche Lassen aus dem Gebäude raus. Oh Gott. Uff. Mal kurz eingepätselt und weiter geht's. Das sind ja... Einen Klappsch auf den Niveau. Au. Boah. Alter Schwede ey. Hältst du dich ein bisschen niedriger, sagst du? Ich bleib jetzt auf dem Niveau. Ich hab's nicht geschafft. Das Niveau ist aber nicht. Ist das schlecht. Kann das vielleicht sein, dass es hier entscheidend ist, bei den Flugzeugen, was du für ein Flugskill mit deinem Char hast? Oh, ist das beschissen ey. Was ist denn hier für eine Blockade? Ja ach ne, davon reden wir doch. Nein, Hotter war auf der Straße. Da lagen ein paar mehr auf der Straße. Wieso hab ich das jetzt locker? Nur weil er einfach... Hallo. Hi Nils. Warte. Was macht der? Was macht der? Das stimmt, hier muss er ja langen. Jörg. 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 Warte mal die ganz einfache Frage. Wenn ihr fliegt, schlingert euer Flugzeug in der Luft? Nee. Dann hat es richtig mit Flugzeug zu tun. Das einzige was Flugzeugs machen ist die schlingern weg. Achso, okay. Also Luft, ne? Jörg. 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 rock. Jörg. 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 Jake. Ja vorsprichert. Jörg. 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 Es war NiJörg. Jörg. Ich muss hier das machen. Ändert nichts, dass du das machst. Ich muss sie das machen. Komm, verkriegt euch mal ein bisschen. Nein, nein, nein. Ja, ja, ich bin auch da. Komm, der Ronald kann auch mal gewinnen. Nee, nicht der Ronald. Der Ronald wäre auch mal. Nein, ich muss... Du bist Nazi, ey. Ich musste mich zurückdrehen. Nils hat... Das ist das Ziel, Boys. Nein, ihr... Komm, über die Mauer. Okay. Nils, der Assi, ey. Ja, rammt er die alle da am Ende. Was macht ihr denn davon? Dadurch, dass Nils sich gedreht hat, hatte ich keinen Platz, mich zu drehen. Und wurde gebremst. Wieso guckt mir eigentlich immer Juli zu? Juli macht nichts. Ja, ich bin der Special. Irgendwie fährst du voll langsam. Ja, oder? Bremst du? Drückst du zwei Tassen auf einmal Juli? Ja, ja. Alle. Holy Shit, was war denn das? Sag ich den schönen Fingern. Pass auf die... Oh, Batsch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ne ist dann allgemein, glaube ich, gewonnen, dürfte da so nichts drangekommen sein. Boah. Ne, ne, aber das zeigen wir noch. Es geht jetzt. Ja, also Leute, lasst ein Däumchen da. Schaut bei den anderen Reihen und ciao. Ciao. Ciao.